Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximusiv, grüße euch zu Rinse & Repeat, eine neue Spielevorstellung. Und ja, ihr seht um was es geht, man befindet sich in einer Dusche im Fitnessstudio und guckt sich die Kerle an. Aber nicht nur das, ihr habt hier zum Beispiel euer... Hey, das ist ein Simulationsspiel von jemandem, der hat schon Simulationen rausgebracht, wie ich Sex mit einem Auto mache oder wie ich am besten meinen Penis fotografiere. Und heute geht es darum, diesen knackigen Kerl zu waschen. Oh yeah! Und damit grüße ich meine IT-Leute von Arbeit, und zwar Toni und André. Und das sind die beiden Typen. Also ich bin Toni und das ist André, den ich jetzt waschen muss. Ja, da geht es jetzt darum, dass ich erstmal schön den Rücken wasche. Und ja, umso besser ich den wasche, umso mehr... Oh, zu hart bin ich. Ja, Maximus ist einfach zu hart zu diesem Typen. Ja, dieses Spiel habe ich mir runtergeladen, ich habe es irgendwo gehört und dachte mir... Ja, langsam, ja, ich weiß. Da gibt es noch irgendwelche Druckstellen. Und ja, ich habe es mir runtergeladen, weil ich dachte, Simulationsspiele... Ja, langsam, ich weiß. Um euch einfach mal ein richtig pulkiges Simulationsspiel zu zeigen... Ja, genau, so langsam. Und ja, wie gesagt, das ist ein Simulationsspiel, da kann man schon ein bisschen gay werden. So, mal sehen, wo wir jetzt waschen müssen. 32 Prozent. Wow, ich bin einfach zu hart. Ja, hm, der ist ja irgendwie nicht so richtig zufrieden mit mir. So, Toni, jetzt musst du aber auch hier schön Arm waschen. Und jetzt mal ein bisschen mehr mit Gefühl. Das ist eigentlich das Einzige, was man hier machen muss. Diesen Typen waschen, ob noch andere Typen kommen. Ihr habt ja Folgen gesehen, wo ich dann quasi auf den Leatherboard oder auf diese Anzeige geguckt habe, wann die ganzen Typen denn von Tuschen wiederkommen. Und nur diese Zeit kann ich das, ähm, ja, waschen. Oder ihr stellt am Computer die Zeit um, dann könnt ihr, ja, weiter waschen. Und müsst nicht so tagelang warten oder den gewissen Punkt am Tag aussuchen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall, wow, 98 Prozent. Toni hat das gut gemacht. Der freut sich auf jeden Fall, dass ich den Typen hier, der war schon ein bisschen aufgeregt. Yo, ich brauche Hilfe mit meinen Nippen. Hier, schön, die Warze. Oh, hier. Ja, gucken wir mal, sehen wir sein bestes Stück. Ne, sehen wir nicht. Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr mehr solcher ulgierigen Simulationsspiele sehen wollt. Ich finde das auf jeden Fall so richtig abgefahren. Hat nicht viel Sinn, aber es gibt ja heutzutage jeden Scheiß, ne? Ich habe dafür 5 Euro bezahlt. Man kann sich dann den Typen auch mehr geben. Das ist eine ganz kleine Datei, muss großartig installiert werden. Was ist los? Du und ich, wir haben etwas besser. Und, 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 yo, 98 Prozent, ich bin so geil, oder? Die Arbeitskollegen. So, mal sehen, wo es jetzt dann geht. Hey, man. Und jetzt können wir die ganze Brust waschen. Man sehen, dass wir seine Haare ja ein bisschen durchgröseln. Auf jeden Fall würde mir das Spiel auch gefallen, wenn ich das hier weiter drauf machen würde. Oh, mein Gott, nee, ey, das ist so abgefahren. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Ob jetzt noch andere Personen kommen, ja, weiß ich noch nicht. Ich würde ja gerne in den Kommentar mal reinschreiben, ob ihr da nochmal was sehen wollt. Das soll ja eigentlich nur eine kurze Vorstellung sein von diesem... Noch sehr abgefahren zu spielen. Gar nicht ganz so schnell machen, ja, und dann mal hier lange Bewegungen machen. Wir wollen ja die höchste Punktzahl erreichen und unseren Typ hier zufriedenstellen. Yeah, wieder 98 Prozent. Ja, ja, wir befinden uns, wie gesagt, hier im Fitnessstudio. Und dann kann es durchaus sein, dass da mal ein dicker Typ kommt. Oh, jetzt müssen wir seine Achseln waschen. Ja, ja, schön. Und da... Guck, was machen die da hinten? Seht ihr das? Die haben sich lieb da in der Dusche. Ob das jetzt irgendwelche Anspielungen hat hier? Ich hab ja nichts gegen Schwule. Sollen sie machen, solange sie sich in Ruhe lassen. Können sie sich anal begatten wie sie wollen. Oh, das ist mir völlig bockwurst. Oh, das gefällt dir doch, mein Kleiner, ne? Ja, schön. Schön. Ja, und wie viele Punkte haben wir jetzt? Oh, er fühlt eine Verbindung mit mir. Du und ich, wir haben etwas. Ich wollte mal sehen, was wir jetzt... Vielleicht müssen wir sein bestes Glick noch waschen. Was ist da los, Mann? Bis zum nächsten Mal. Bestimmt, weil wir hier ein rotes Herz gemacht haben. Weil ich einfach zu hart war. Und dann geht er. Weg ist er. So, wir sehen. Samstag, 14 bis 15 Uhr. Das haben wir erledigt. Das nächste Mal könnten wir am Montag gegen 21 bis 22 Uhr ihn waschen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ich da vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen soll. Die nächsten 50 Stunden könnte ich dann wieder waschen. Aber, naja, muss nicht sein. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann kann ich gerne nochmal was zeigen. Und mit den Worten... Macht der Maximus einen Fisch. Und grüße natürlich meine IT-Leute, die mich immer wieder versorgen mit dem besten Arbeitsmaterial, dass der Maximus besser und schneller arbeiten kann. Und trotzdem piept mein Monitor. Mit den Worten, mach ich einen Fisch, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.